Ich komme näher. Fast da. Und schon wieder ist es dunkel. Da ist sie. Da ist sie. Okay. Okay. Das tut mir leid. Hallo. Ist da jemand? Aber ich musste nur mal durch. Hallo. Hallo. Ich habe euer Radio senden gehört. Hallo. In Ordnung. Ich muss reingehen. Hallo. Ich schieße ihnen ins Gesicht. Siehst du? Ich bin keiner von denen. Mach schon. Lass mich rein. Wo seid ihr alle? Ja. Das frage ich mich auch, wo alle sind. Oh, Mensch. Ist hier nichts drinne. Tatsache. Nix drinne. Hier auch nicht. Das sieht aus wie ein Problem, das ich nicht in die Luft jagen kann. So gerne ich das auch täte. Ich muss eine Möglichkeit finden, um dieses Tor zu öffnen. Was sagt der? Ja, das ist es. Hier haben wir einen Hebel. Damit können wir dann das Tor öffnen. Gut. Oh, Scheiße. Scheiße. Verdammt. Das ist nicht gut. Oh, Mist. Verdammt. Zu viele. Es öffnet sich. Das Tor öffnet sich. Ich komme rein. Nein, nein, nein. Sie kommen. Ich muss das Tor schließen und ihnen den Weg abschneiden. Das war's. Es schließt sich. Mach schon. Mach schon, Baby. Ja, ich glaube, wir haben's jetzt. Da kommt keiner mehr durch. Verdammt. Das war viel enger, als mir lieb ist. Puh. Puh. Oh, Mann. Geschafft. Was zum... Das ist es, aber... Wo sind alle? Auch wieder tote Hose hier. Hallo? Und tote Hose. Hallo? Ist da jemand? Nee, ich bin allein. Hallo? Hallöchen. Nein, sie sind drin. Nicht gut. Nicht gut. Oh. Da haben wir schon wieder einen neuen Freund. Oh. Den haben wir. Oh, was für riesen Autos, ey. Nein. Nein, nein, nein. Das ist nicht das Camp. Weil das Camp zur Hölle gegangen ist. Hier ist verdammt nochmal niemand. Ich bin die ganze Zeit einer Sargasse gefolgt. Schau sich einer dieser Typen an. Ich überlebe seit Ewigkeiten in diesem Loch. Und ihr Idioten habt ein komplettes Militärcamp in einer Raffinerie, die ihr nicht verteidigen könnt. Ihr müsst verdammt dämlich sein. Eine Schlüsselkarte. Hm. Hey, sucht euch andere Freunde. Oh, nicht mich. Verdammt. Scheiße. Schnell weg hier. Wir blöden. Verdammt. Blöden. Blöden. B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B Mach's schon! Was habt ihr? Du bist Abschaum. Das hört sich ja schlimm an hier. Wie kommt denn noch? Sollt ihr jetzt fertig oder was? Sollt weiter. Rambo is back! So. Hier kommt er nicht mehr hoch. Hier ist nix. Verflext und zugenäht. Was kommt da denn noch? Auf Wiedersehen, ihr seid jetzt. Sohn, ich werde jeden einzelnen von euch in Fetzen reißen. Verflucht seid ihr alle! Verdammt! Verflucht seid ihr alle! Ich habe genug von euch! Ich habe genug von euch! Ich habe genug von euch! Jawoll, einer Mohaner, einer Mohaner. Ich wollte euch auch gar nicht anstellen. Kugeln zu verschenken, Kugeln zu verschenken, das wird raus hinterher. Kugeln, Sonderverkauf, immer her damit, kommt immer wieder. Beide wegen auch gratis, ihr müsst ihn nur fangen. Mensch, das wird aber eintönig. Ich glaube, ich lasse ihn mal ein bisschen ranfangen. Ich glaube, das waren sie alle. Oh Mann, ich friere, ich friere. Ich friere wahnsinnig. So, die wären wir lieber. Mann, wo bin ich? Ich weiß nicht mal, wo ich bin. Was ist hier jemand? Mal etwas nicht-zombieartiges. Das hat alles keinen Sinn. Es ist sinnlos. So viele Zombies. Wo sind die anderen Zombies? So ein Zombie-Kernickel oder ein Zombie-Kuh, ein Zombie-Pferd. Ich weiß nicht. Zombie-Hamster, mehr Schweinchen. Ich habe den ganzen Weg hierher auf mich genommen für nichts. Was ist das? Halle, Halle, Halle. Fred, Fred, Fred. Mach's schon. Gib mir etwas. Gib mir. Entschuldigung für die Störung. So. Oh Mann, ich weiß nicht. Das hört sich an als ob wir noch mehr oder mehr. Ach da. Ich weiß nicht. Ich muss darüber nachdenken. Ich muss mich nur hinlegen. Habe ich gar nicht gesehen, dass man die aufmachen kann. Aber hier ist eh nichts drin, anscheinend. So. Das war das Ravennery-Level. Das war das Ravennery-Level. Wo bin ich? Oh ja. Nirgendwo. Ja, ich werde mir gerade mal einen Schluck genehmigen. Oh, wir haben jetzt mittlerweile 8 Uhr. Bei mir. Zuhause. Doch wollen wir auch nicht mehr allzu lange machen. Gucken wir mal gerade welches Level das ist hier. Mir reicht das alles. Mir reicht. Was tue ich? Ich weiß nicht einmal wohin ich gehe. Ich... Gehe. Nur... Oh Mann. Lass mich einfach in Ruhe. Dreckig. Abgefragt. Lass mich in Ruhe. Ich sage lass mich in Ruhe. Na? Idiot. Schon laut. Oh, schau. Hillbilly Wunderland. Voll mit diesen stinkenden Bastarden. Vielleicht gar nicht so anders als vor der Apokalypse. Friss das. Friss das. Ja. Rein in deine hässliche Visage. Ja. Vom Auto steht noch einer. Das ist gar nicht so einfach anzuvisieren hier. Da ist er. Das war's mit denen. Schau dir dieses Mistloch an. Es wird schlimmer und schlimmer. Doch. Und zwar. Okay. Suchen wir mal das zweite Häuschen. Hast du Bier? Wir werden jetzt auch schön nach Schremmen. Oh, shit. Schau, noch ein Radio. Warum denke ich überhaupt? Dasselbe dämliche Raffinerie sendet. Warte, was? Nochmal. Nochmal. Sonnenschein, Arizona. Sonnenschein. Von dort aus senden sie. Freddy's, Freddy's, Freddy's. Freddy's. Ich verschwinde ins liebliche Sonnenschein, Arizona. Nichts wie los. Es ist lebendig und wohl auf. Sonnenschein, Arizona. Ja, gucken wir mal. Ich komme hin. Oh, Mann. Oh, Mann. Das ist großartig. Das ist großartig. Blöde Raffinerie. Yo, yo, yo. Kumpels. Was ist hier passiert? Wolltet was... Ah, gut. Ich sag dir was. Ich werde ein netter Bursche sein und den Job für dich zu Ende bringen. Wie hört sich das an, hä? In Ordnung. Dann los. Ich wette, dass ich den fehlenden Sprengstoff in deiner hübschen, kleinen, bewachten Wohnanlage hier finden kann. Das ist vermutlich richtig. Ein Runner auch noch. Hey, ich bin gleich zurück, Kumpels. Ruhig bleiben. So, reicht das jetzt? Ja. ZEBEN Ich werde dich nicht aufschraubend. Ich werde dich nicht aufschraubend. Ich werde dich nicht aufschraubend machen, wie ich mich damit veroline ist. Wie wäre, du wunderschst? Ich werde dich nachdenken. Ich werde dich nicht aufschraubend machen, oder? Okay, gehen wir mal weiter. Das ist ja eine schicke Bombe, Alter. Ja, ich hatte erwartet, ich weiß nicht etwas, das man im Internet findet oder so etwas. Aber nicht zu schäbig, Männer. Nicht zu schäbig. So, was haben wir hier? Was gibt es? Oh, nicht zu schäbig. Oh, nicht zu schäbig. Mhm. Du hast ja nicht so priggeln hier. Ehrlich, wenn ich kann, Jungs, echt schnell. Ich bedauere so sehr, was ich über euren kleinen Park hier gesagt habe. Ich habe nicht richtig nachgedacht und... Ah, dann haben wir wieder eine. Und Nummer zwei. Nur noch einer. Das war's. Mann, sind die alle schlecht drauf hier. Kommt noch so ein Runner? Ich habe keine Lust, die ganze Zeit zu warten. Da wird's wohl auch nicht sein. Ich überlege gerade, war ich in diesem Haus? Ja. So, da ich in dem schon war, in dem schon war, dann haben wir noch einen übrig. Da haben wir die Bombe. Komisch, komisch, komisch. Oh ja, Zeit für ein kleines Feuerwerk. Machen wir das. Also, nicht, dass es euch wundert, ich bin eigentlich auf der Suche gerade nach Schaufeln. Auch wenn sich das jetzt komisch anhört. Ich habe irgendwie was gelesen, man muss alle Schaufeln nach draußen bringen. Und irgendwie habe ich das Gefühl, ich hätte irgendwo eine übersehen. Also, hier sehe ich auch keine Schaufel. Hier irgendwo eine Schaufel übersehen. Irgend so eine beschissene Schaufel. Wiedersehen. Donnerpick. Noch einer. Nicht, dass er nachher an mir vorbeiläuft. Ja, ich befürchte. Ja, die Schaufel hatte ich vorhin gefunden. Ja, die habe ich auch rausgeschmissen. So, mir fallen jetzt nur noch zwei Häuser ein. Oder anderen hatte ich schon, die ich schon für gefunden. Meine ich. Na gut, kann aber auch sein, dass eventuell weiter da hinten noch vielleicht noch mal ein oder zwei Häuser kommen. Ach so, ich vergaß, ich muss ja hier sprengen. So war das. Ja, steck diese Babys an. Aber bleib weg von diesen Freddys, die dich drücken wollen. Na gut. Alle bereit? Freddys? Geht's gut? Hahaha. Ja klar. Das wird Spaß machen. Gut. Du meinst eher die Ex-Freunde, die Freddys. Das ist es, was wir ein Kaboom nennen, Damen und Herren. Kaboom. Verdammt. Verdammt. Ich bin nicht gerade ein Fan, aber ich muss zugeben, ihr Typen seid ziemlich zäh. Ich bin unterwegs. Ich möchte einen Moment innehalten, um all den Menschen zu danken, die es möglich gemacht haben. In Ordnung. Jawoll. Wir kommen der Sache schon näher. Ja, aber wie gesagt, was mit den Schaufeln habe ich dann wohl nicht hinbekommen. In Ordnung. Wo ist dieser Ort? Sollte hier ganz in der Nähe sein. Sonnenschein, wuhu, oh, und ein paar Freddys, sie haben keine Wände oder sowas, hey, was macht ihr hier? Gott, ich habe schon eine Befürchtung gehabt, ich habe auch schon was gemacht. Entschuldigung, aber gib mir aus dem Weg, Jungs. Schau dir das an. Sie haben Barrikaden gebaut. In Ordnung. Das ist ein gutes Zeichen. Ich komme da nicht durch. Sieht aus, als müsste ich es durch die Gärten versuchen. Hm. Nein. Vielleicht ist dieser Schirm auf. Ah. Oder ist das vielleicht das falsche Level gewesen. Oh. Meins. Ich bin hier zu. Ich komme jetzt. Ich will, also knifeln. In der Gaugang aus. Anodice erstmal Versellieren. Ach. Jahrh riponnin. Wir Neigen sein. Ich bin, j霆." Oh, come on. Ich bin jetzt gerade so ein bisschen irritierend. Ja, gut, okay. Ja, hier, ich schaue voraus. Hey Fred, runter von meinem Rasenschwachkopf. Ja. Ja. Dann wollen wir schnell die Frikadelle in den Kopf hauen. Ja, gut. Wir haben sie auch eine Barrikade gebaut. Die können wir sicher stabiler machen, aber das ist ein Anfang. Guter Arbeit. In Ordnung, in Ordnung, in Ordnung. Sieht so aus, als könnten wir da durch. Also, die Tür kann hier nicht geöffnet werden, ne? Ne, alles klar. Da ist noch eine Schaufel drin, ich habe sie gesehen. Was ist das denn für eine Scheiß? Wie soll ich dann hier denn die Schaufel rausholen können? Mist. Verdammt. Ich werde mehr Feuerkraft brauchen. Ich glaube, das war die Trophäe. Oh, ja. Lasst uns Nachschub holen. Papapau. Schau runter. Hey Leute, es tut mir sehr leid, aber ich muss hier durch und ihr seid mir im Weg. Und deshalb muss ich euch anziehen. Tut mir leid. Achoh. Alter für mich decree. Harium. An Das war's für heute. Na gut, schauen wir uns das Motel an. Das Yellow Leaf Motel. Okay, sieht nett aus. Fertig. Versuchst du ein Bier zu erbeuten oder sowas? Du und ich, Kumpel. Quietsch, Händchen, quietsch mit mir. Das Schlüsselbrett. Zimmer 202. Könnte sich als nützlich erweisen. Wollen wir es hoffen? So, gucken wir mal, wo es weiter geht. Drehen und wenden, Baby. Ja gut, Privatsphäre wird dieser Tage völlig überschätzt, wie? Was ist das? Ein Sonnenscheinfest? Na, das ist ja schnell eskaliert. Hier war ja mal eine Riesenparty, wa? Okay, okay. Wir können nicht an all denen vorbeikommen. Schauen wir uns das Bauernhaus an. Nur, ich komme. Oh, ich komme. Äh, hoffentlich ist eine Kuh da drin. Oh Mist, da sind sie wieder. Willst du etwas davon? Ja, zieht Leine Freddy. Tja, ich glaube jetzt ist wieder Ruhe. Verdammt. Oh Mann, in Ordnung. Los geht's. Oh Mann, das wird helfen. Oh Mann, das ist ein Ding. 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 Wie geben die noch Leben? Ob wir sie jetzt bald mal finden werden? Oh Mann, das ist ein Ding. Oh Mann, das ist ein Ding. Ich habe ein Ding, das ist ein Ding. Eine, weil ich nicht schaue. Hallo. 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 Verdammt. Hier ist auch niemand. Nix, nix. Wo sind sie alle hingegangen? weiß ich nicht weiß nur dass ich auch keine munition hier habt die tür geht auch nicht auf man geht die tür nicht auf auch nicht das macht doch keinen sinn es ist abgeriegelt hier okay sieht aus als könne ich durch dieses haus gehen und ich dachte der andere typ hätte gestunken es tut mir leid madame aber ich muss diesen schlüssel haben energie wenn wir frikadellen essen kriegen wir wieder energie dazu das ist eine komische maske oh mein gott da ist er in ordnung mach schon baby mach schon los geht's ganz leichte tracking problem wieder mit der waffe sie treten hallo hallo ist jemand hier ja hallo in ordnung hier ist er in ordnung das ist er in ordnung das ist es hallo ich komme rein nicht schießen okay ich öffne jetzt die tür hier na toll was zum teufel niemals niemals nie scheiße 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 wirst du mich verarschen scheiß drauf unglaublich erzähl mir das bloß nicht ich bin zurück lebens und gesund bereit für das community barbecue nächste woche hier hallo 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 nichts 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 oh mein gott oh mein gott oh mein gott hallo ist da jemand hallo 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 ist jemand hier hallo 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 bitte bitte antwortet ja wir hören nicht wie lautet ihre Position hallo 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 ich bin im radiosender sorgenschein sorgenschein arizona bitte schickt jemand verstanden komm drüber auf die lichtung etwas weiter den berg hoch dort ist ein waffen getroht ok oh oh Mist ok ok dann los ok wo 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 ok da lang da lang da lang da lang da lang Nein, 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 nein. Ihr kriegt mich nicht, Freddy. Ich bin auf dem Weg raus hier. Hurensinne. So, jetzt aber. Ihr kriegt mich nicht. Nein, nein, nein. Ihr kriegt mich nicht. Niemals, niemals. Nein, nein, nein. Die Hubschrauber bleibt. Die Hubschrauber bleibt. Die Hubschrauber bleibt. Die Hubschrauber bleibt. Na, na, na. Hey, hey, hey. Wuhu. Da kommt der. Hier drüben. Hey, Männer. Hallo. Hallo. Hier drüben. Männer, ich bin hier drüben. Ja. Oh mein Gott. Endlich. Endlich. Ich bin hier raus. Etwas näher. Männer, etwas näher. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Jawoll. Jawoll. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Tschüss, kleine Freddys. Tschüss, fröhende Hisse. Tschüss, Arizona Sonnenschein. Jawoll. Hey. So, das war's auch schon mit Arizona Sunshine. Wir wurden gerettet. So, den Absprung gucke ich mir jetzt nicht weiter an. Also, sag ich mal, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Falls jemand zugeschaut hat. Haha. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bye, bye. Euer GermanyFoxy.